So Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Der Junge mit den Seiten auf 10 ist wieder am Start. Heute halt mal mit einem etwas anderem Thema. Unser Stream ich hab jetzt nur noch auf Twitch, um meinen YouTube-Kanal clean zu halten. Und diesen Kanal werde ich dann nur noch für hochwertige Videos und für Streamer-Highlights aus meinen Streams benutzen. Und zwar werde ich heute Abend wieder auf Twitch Online sein. Mein Name da ist SISD, auch zusammengeschrieben, so wie ich jetzt auch auf YouTube heiße. Und ja, falls ihr da keinen Stream verpassen wollt, lasst gerne mal ein Follow da. Ich freu mich wirklich über jeden Follow. Es fühlt sich ja momentan so an, als würde ich nochmal komplett vom Boden starten. Ich hab jetzt auf YouTube schon fast 100 Abonnenten. Und bei Twitch bin ich jetzt gerade mal bei 6 Follower, die alle meine Freunde sind. Deswegen lasst da gerne mal ein Follow da. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns heute Abend im Stream. Ich werde Reaction-Streams machen, ab und zu auch mal zocken. Und wenn ihr das wollt, mach ich auch mal Abo-zocken. Würde mich da wie gesagt auch sehr freuen, wenn ihr da mal reinfolgen würdet. Und um meine Streams etwas besser zu machen, habe ich jetzt auch eine neue Kamera, die ich jetzt auch gerade benutze. Und ich hoffe, man merkt einen eindeutigen Unterschied. Wenn nicht, dann nicht. Okay, das war es jetzt auch schon mit dem kurzen Video. Wollte ich wie gesagt nur sagen, dass ich jetzt auch einen Twitch-Channel habe und ich darauf jetzt streamen werde. Wie gesagt, würde mich mega freuen, wenn ihr den mal abcheckt und auch ein Follow da lasst. Ähm, ja. Ich hoffe, wir sehen uns heute Abend im Stream wieder. Bis dann. Ciao. Gefällt's? Und ich mach auf öfter, 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 öfter. Im Stream werde ich Reaction-Streams machen. Das mach gar keinen Sinn. Und um meine Streams jetzt auch ein bisschen zu verbessern, habe ich jetzt auch eine neue... Alter, Alter. Für Twitch habe ich jetzt auch ein extra neues Overlay angefertigt, was meiner Nano... Was meiner Nano... Das kommt Video. Bis dann. Daakley. Bis dann. Bis dann. Bye. Bis dann.